moin leute heute wieder ein neues video bei uns auf dem kanal viele haben darauf gewartet heute stellen wir uns einen neuen mercedes sprinter vor unser c1 ausbildungsfahrzeug viel spaß dabei erst mal klären wir die eckdaten von unserem fahrzeug ja baujahr oktober 2022 das fahrzeug in senden bösen sell bei bereza bestellt knapp ein jahr lieferzeit haben uns natürlich gefreut als es da war ja dann klären wir erstmal die ps-zahlen unser fahrzeug hat 190 ps seht ihr auch im kennzeichen alle unsere fahrzeuge haben hinten die zahlen die zahl steht natürlich dafür am kennzeichen für unsere ps-zahlen so haben wir immer den gleichen rhythmus drinnen und ja erstmal dazu dann natürlich klären wir erstmal die höhe breite länge unser fahrzeug ist 6,96 m lang ist zwei meter zwei breit ganz wichtig zwei meter zwei breit kennt ihr vielleicht schon von unserem pkw vielleicht auch vom lkw bereich die zwei meter zwei die im fahrzeugschein stehen steht immer ohne spiegel ganz ganz wichtig dass du da keine probleme später kriegst und die rühe unseres fahrzeugs ist 2 meter 93 wie ihr vielleicht schon gesehen habt wir haben das hochdach bei dem mercedes sprinter und ja das sind erstmal so die daten von dem fahrzeug und noch ganz wichtig zu erwähnen vielleicht wir haben ein allrad fahrzeug kann man so von außen nicht sofort im ersten umblick sehen aber wie gesagt ein allrad fahrzeug 4x4 und 190 ps wie viele von euch schon erkannt haben vielleicht wir haben eine led beleuchtung natürlich die neueste generation wenn wir ein neues fahrzeug bestellen bestellen wir immer die sachen die am besten oder zurzeit gerade auf dem markt sind weil was wir im ziel unterricht besprechen möchten wir natürlich gerne später in der praxis nachher ausführen was natürlich noch erwähnen können was natürlich mittlerweile standard ist wir natürlich noch praktisch das control vorne heißt das fahrzeug wenn wir einparken oder so auch piept und das auch anzeigt und ja das highlight natürlich des fahrzeugs kommt natürlich gleich hinten im ausbau aber wir arbeiten uns von vorne nach hinten jetzt gehen wir weiter die fahre kennt ihr vielleicht das sind unsere fahrer von den fahrzeugen unsere wechselbrücken vom lkw haben das auch so fallen die fahrzeuge immer auf natürlich ist das ding auch beschriftet in unserer werbung ganz ganz klar wenn wir hier gerade schon sind alufelgen haben wir natürlich drauf ja da können uns aber das fahrzeug von innen angucken natürlich haben wir auch eine lederausstattung eine nachbildung von ledern mittlerweile wir haben super gefühltes lenkrad wir haben natürlich auch was viele fahrzeuge mittlerweile standardmäßig drin haben tempomat abstandsriegel tempomat wir haben natürlich eine sitzheizung für den fahrer und für den ball fahren dafür für den fahrlehrer auch ganz wichtig aber natürlich auch für euch als fahrschüler dass ihr es schon warm und bequem habt ja normal tacho wie es alle kennt viele fragen sich dann wahrscheinlich was ist das für eine kamera diese kamera benachteilig einbauen lassen die spiegelt das bild nachher wieder hinten für den prüfer das gucken uns gleich noch an und ja viel viel mehr ist das hier nicht zu sagen mit dem neuen mercedes sprinter wenn ihr mercedes kennt vielleicht sieht so ähnlich mittlerweile aus wie beim pkw und was natürlich auch noch im fahrzeug verbaut haben was rechtlicher verbaut sein muss auch für die abfahrtskontrolle ist ein kontrollgerät unser fahrzeug hat natürlich auch eine rückfahrkamera ist natürlich beim ankuppeln für die klasse c1 e natürlich super praktisch oder für die grundfahraufgaben der klasse c1 manche finden sie hilfreich beim rückfahrtsfahren manche nicht man kann sie benutzen man muss sie nicht benutzen aber wir haben sie auf jeden fall verbaut so haben uns den innenbereich jetzt angeguckt vom fahrzeug jetzt geht seitlich weiter natürlich haben wir hier eine scheibe verbauen lassen ab werk damit der prüfer auch super rausgucken kann bei den prüfungen gucken kann was im straßenverkehr passiert dann haben wir natürlich auch seit markierungsleuchten ein kraftfahrzeug oder ein fahrzeug über sechs meter muss natürlich auch seit markierungsleuchten haben müsstet ihr auch eine abfahrtskontrolle kontrollieren wenn die passende frage dazu kommt und ja gehen wir noch mal weiter da wir eine zulässige gesamte massen 5 k 5 tonnen haben brauchen wir eine doppel bereifung wie ihr seht haben wir es natürlich bei diesem fahrzeug wie von schon erwähnt ein allrad fahrzeug haben wir das fahrzeug kann man hier auch super erkennen ist über eine blatt zeder gefedert kann man auch eine abfahrtkontrolle super erklären wir haben ja gerade noch winterliche verhältnisse natürlich haben wir auch winterreifen und im sommer sommerreifen immer mit beiden guten beispiel vorangehen und ist natürlich auch viel sicherer im sommer sommerreifen und im winter winterreifen so jetzt sind wir hinten am fahrzeug angelangt was natürlich auffällt natürlich haben wir auch eine anhängerkupplung heißt wir bilden noch den führerscheinglitz C1E aus heißt dieses fahrzeug mit anhänger hinten steht es natürlich auch drauf 519 CDI heißt 4x4 steht hier auch noch mal 4x490 PS allrad natürlich ist unser fahrzeug und ausführungsfahrzeug auffällig beschriftet auf Bock auf caravan sind warum caravan sind weil viele leute den c1 türeschein machen wegen im wohnmobil jetzt gucken uns das fahrzeug von innen an ist gar nicht so spannend von innen hier wir können natürlich auch beide türen aufmachen logischerweise wie ihr seht rückwand ist verbaut wir gucken uns gleich an was dahinter passiert oder was dahinter passiert ist fangen wir natürlich in der tür an hier haben wir unseren besen damit unser fahrzeug regelmäßig sauer machen können den erste hilfekasten die warnleuchte hier haben wir natürlich noch warnwesten bevor jetzt einer sagt eh die warnwesten müssen grüftbereit sein natürlich haben wir vorne im fahrzeug noch eine warnweste liegen oder mehrere und hier ist natürlich wichtig die abfahrtskontrolle jetzt seht ihr im hintergrund wie gesagt die rückwand die ein nachträger eingebaut wurde von hinten sieht nicht so spannend aus ich gehe mal eben hoch erkläre mal ein paar klamotten ja hier könnt ihr schon sehen hochdach wie gesagt 2,93 m hoch insgesamt das fahrzeug kann man super drin stehen wir haben jetzt nachträglich noch eine batterie verbauen lassen sie ist nicht dafür darum das fahrzeug zu betreiben sondern vorne gleich sehen wenn wir sehen usb anschlüsse led beleuchtung oben drin und ja jetzt fragen sich noch viele was ist das hier das ist natürlich fest verschraubt das ist die standheizung für das fahrzeug damit wir im winter auch immer alles schön warm haben bevor wir losfahren die scheinen frei sind aber unser fahrzeug steht auch meistens in der halle aber der kunde ist könig und damit die fahrschlöre es warm haben wie vorher am anfang schon erwähnt habe unser fahrzeug eine zulässige sackmasse von 5,5 tonnen und wie es leer ungefähr 3,2 tonnen heißt das kann jeder rechnen 2,3 tonnen dürfen wir zuladen und dafür natürlich auch die zugepunkte da heißt wenn wir ladung drauf haben müssen die natürlich auch gesichert sein und zuletzt noch zu sehen ist natürlich unser warndreieck das hier verstaut ist und unter unsaglichkeit der doppelt gesichert sein muss ist in diesem fall einmal in der führung drin einmal dieses band da dran und wisst ihr vielleicht schon weil wir ein zwei achts fahrzeug haben brauchen wir meistens ein unterlichkeit also ist alles vorhand hinten haben wir geschafft natürlich gehen wir zur anderen seite noch seit markierungsleuchten wieder doppelte bereifung auszügliche beschriftung und jetzt kommt das herzstück unseres fahrzeug warum es so besonders ist wir haben uns das ausbauen lassen ihr seht schon im ersten augenblick ist schon echt cool aus ich mache schon mal licht an zack hier ist der lichtschalter hier oben haben wir durch led beleuchtung hier haben wir drei sitzplätze vorne drei insgesamt sechs sitzplätze in der führerschein ausbildung wird das so sehen natürlich der fahrschüler sitzt vorne links der fahrlehrer vorne rechts natürlich haben wir auch doppeltpedale hier drin ganz kurz klar brauchen wir als fahrzeug das fahrschuhfahrzeug ja und hinten könnten dann noch fahrschüler sitzen wir fahren meistens zu zweit oder zu dritt heißt ein fahrschüler fährt oder ein oder zwei fahrschüler sitzen noch hinten und wir wechseln unterwegs warum machen wir das erstmal den weg zu sparen zum prüfort und ihr als fahrschüler sind alle situationen zwei drei vier mal die stopp schüler fünf mal ihr seht das ihr seht das macht ein fahrschüler was falsch sehen die anderen das da braucht keiner drüber lachen dann macht euch die anderen fahrschüler den fehler nicht man lernt von anderen deshalb machen wir das deshalb haben wir die sitzplätze so jetzt gucken wir uns mal an die sitzplätze wie ihr seht haben wir so noch schienen haben wir einbauen lassen wir können jeden stuhl hier auf den schienen verschieben einen stuhl rausnehmen zwei stühle rausnehmen oder komplett rausnehmen geht relativ leicht hier innerhalb von drei minuten sind diese zahle raus ist natürlich auch abgenommen vom tüv und ja das ist super bequem ihr seht der fußraum ihr habt ohne ende platz hier hinter könnt ihr eure taschen stellen damit nichts nach vorne fliegt ja dann gucken wir uns das mal weiter steigen wir ein wie gerade schon erwähnt das fahrzeug ist relativ hoch und ihr seht sofort wieder wie viel platz ich hier habe hier haben wir einmal einen tisch verbaut den könnten wir auch einklappen machen wir jetzt nicht hier sitzt oft der prüfer hat seinen laptop hier stehen oder sein tablet oder in den fahrstunden die fahrschüler die gerade nicht fahren den fahrschüler beobachten können sitzen bequem hier haben wir noch ein kabel wie ganz am anfang erwähnt haben wir vorne eine kamera hier können wir unser tablet anschließen und so kann der prüfer oder die anderen fahrschüler sehen wie schnell man wirklich fährt weil das kann man nicht wirklich erkennen klar oben im tachographen vielleicht aber hier ist das viel viel besser deshalb haben wir das verbaut ist für den prüfer super und natürlich auch für die fahrschüler die hinten sitzen so hier haben wir jetzt die einheit für die standheizung was ich vorhin schon erklärt habe hier können wir die standheizung an und aus machen auch programmieren wann sie angehen soll automatisch wann sie ausgehen soll die anderen an gerade ja brauchen wir natürlich jetzt nicht weil das fahrzeug nicht fährt und wir es da nicht benutzen werden heißt ich mache sie wieder aus aber super erreichbar für jeden dann haben wir oben eine lampe wie ihr seht klack können wir anmachen ob für den prüfer ob für den fahrschüler wenn man vielleicht ein paar notizen hat wir haben wir oft immer so zettel für an und abkuppeln oder wie für die abfahrtskontrolle dabei waschen wir mal zwischendurch durchsprechen kann der fahrsteuer hier sitzen und die fahrschüler machen und wenn es dunkel sein sollte draußen oder das licht nicht optimal ist kann er sich die lampe hier anmachen ja wenn wir über lampe sind hier oben led beleuchtung was ich vorhin schon erwähnt habe können wir mit dem lichtschalter an und ausstellen ist bei der fahrt ja meist natürlich aus aber wenn wir hier drin sitzen über die fahrstuhl nachher quatschen oder einfach mal die abfahrtskontrolle machen ist das licht natürlich super und ja was natürlich ganz wichtig noch ist heutzutage hier können die fahrschüler oder prüfer ihre handys tablet laptops alle laden dafür ist auch hinten die batterie was ich vorhin gesehen habe verbaut wenn ich vorhin die motorraum benutzt soll die eher gesagt hier vorne sitzt beim beim fahrer sondern wer eine externe verbaut dass immer genug strom vorhanden ist wie ihr erkennen könnt haben wir hier unser emblem einsticken oder einstanzen lassen filzer drüber legen lassen sieht natürlich super cool aus ihr wisst immer zu welcher fahrschule ihr gehört oder welcher fahrschule ihr gerade unterwegs seid die innerstattung aus holz ist natürlich immer geschmackssache ja aber was natürlich ganz ganz wichtig ist gerade im winter das isoliert alles ist alles super isoliert hier der filzcenter ist alles isoliert es ist immer warm oder es bleibt auch warm ja es ist auch nicht laut im fahrzeug ist alles super gedämmt ist alles super verbaut es ruckelt nichts kennt ihr vielleicht von wohnmobilen die relativ viel kaltkosten und teilweise echt laut sind wo die schränke sich lösen oder die scharniere sich irgendwann mal lösen sollte ich mir richtig zugehen hier haben das problem überhaupt nicht hier ist gefühlt totenstille fahrschule können ordentlich fahren und ja wie ich gerade erwähnt habe hier können wir schlicht ausmachen und natürlich auch wieder anmachen und wir haben hinten in der ecke auch noch noch mal ein usb-fluss damit der fahrschule sein handy laptop wie gesagt auch noch laden könnte wie ihr vielleicht auch schon mitbekommen habt wir haben den ausbau bei der firma karenzmann machen lassen bei uns hier in nottun wir sehen immer zu dass wir unternehmen wir aus nottun haben dass wir kooperationen schließen dass das geld natürlich auch in nottun bleibt wenn ihr mal irgendwas braucht bezüglich umbau dann könnt ihr euch gerne bei karenzmann melden wie ihr seht die leisten super arbeit das war jetzt so eine kleine vorstellen von unserem neuen c1 fahrzeug das wir tagtäglich bewegen ja wenn ihr jetzt noch fragen habt zum c1 fahrzeug schreibt es in den kommentare ruft uns einfach an wir beantworten die frage natürlich gerne und wenn ihr natürlich mit dem ding mal fahren wollt meldet euch zum c1 führerschein an wir bilden diesen führerschein in sieben tagen aus dann könnt ihr auch in genuss kommen dieses ding mal zu fahren und ja ich hoffe das video hat euch gefallen ihr habt einen kleinen eindruck gekriegt was ein fahrschule fahrzeug wir haben und ja folgt uns und dann sehen wir uns bald beim nächsten video wieder ciao